Ich wär so gerne Challenger Dann hätt ich gar nicht mehr so schwer Dann wär mein Konto immer leer Wegen meinen Skins Wär so gerne Challenger Billion MR Und dein Ping wär immer höher Welcome to the Twisted Tee Time Oh, ich finde den Jungle hier nicht toll Ich glaube, ich fange auf der anderen Seite an Aber bei den Wolfen an Bei den Wolfen anfangen Ich trau mich nicht, nachher beißen die mich So passieren, boy It came in like a diamond boy Yes, of course Minions have spawned Minions have spawned Alter, können die einfach mal ein Asset richtig machen Das sieht so behämmert aus Oder hab ich einfach meine Schleppung I never hit the ground so hard before Oh, Wölfe sind da, alles klar Alles klar Ich wollte gerade sagen, bei euch Mayday, Mayday Dann können wir dir nicht mehr helfen Lauf einfach weg Ohne Witz, dann können wir dir echt nicht helfen Was war da? Alter, ey, das fängt schon super an Ich hab schon wieder richtig Bock Kann mir dir wirklich nicht helfen Das hat sich böse gemeint Doch Aber Carson like Halt dein dummes Maul Ehrlich Patrick? Wollte es mal gerade sehen, was die Riven her abgezogen hat Hat die dir ihren Penis gezeigt? Nein grandma die kam gerade aus dem Busch angesprungen Alter alles raus Flash dann dreht die sich um dann dreht die sich um und macht ihren Coup von mir weg hab sie den Coup eigentlich von dir weg gemacht? Und der ist ja den Crew von ihm weggemacht. Oh, er ist das aber nicht hier. Haben die einen Kunter, Jungler? Also die Riven wird es auf jeden Fall nicht lustig gegen mich haben. Das finde ich schon mal gut. Ist das witzig? Glaube ich nicht. Weißt du, ich verstehe das nicht. Warum ist man so gemein? Sichuan hat keinen Flash. Also noch hat der Zwayne auch nichts zu machen. Das wird sich aber schnell ändern glaube ich. Ja, bei mir nicht. Die Wippen. Ja, schade, schade. Ja, beim 2DS, wenn der rot anzeigt hat, dann musst du eigentlich schon gleich den Krankenwagen rufen, so schnell geht der leer. Beim 2DS? Ja. Alter, mein 2DS hält ewig, wenn der rot sei. Verhaupt nicht. Er hält alles, aber nicht ewig. Ja. 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 Ich kann meine Skills nicht lesen. Lesen? Lesen? Außer Späsel nichts gewählt. Ich hab verstanden, ich kann meine Skills nicht lesen. Ach, das ist dumm zu lesen. Dumm, dumm. Dumm, 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 dumm. Ja. Ja, ich bin Slami. Jop, Level 6 geworden, Boy. Und sofort all in, Boy. Sie? Ne, ich. Achso. Direkt, bam, alles gezündet. Ja, ich bin sofort rein. Ich bin Level 6 geworden, sofort rein. Bam. Ulti, gib ihm. Flasht, ulti, alles. Mein W war an mir, ich hab Flasht und Igniler, aber ich hab für First Bart schon gezündet. Obwohl, stimmt gar nicht. Geflasht bin ich, als ich mich unter den Turret diven wollte. Oder beziehungsweise gedivet hat, aber sie wurde ja gelockt und dann... Nein, fuck you. Fuck you is fucking fuck. Du musst echt aufhören, die Lanes zu pushen, wenn die Leute nicht da sind. Wer? Patrick. Ich hab zwei Minions gekailt. Achso, das reicht. Ohne Witz jetzt, reicht wirklich schon. Also wenn du das machst, ihr auf die Lane und last zette wirklich nur. Das ist nicht so schlimm. Also wenn du wirklich nur last hit machst, ist das nicht so wild. Ja gut. Hab ich. Kade. Du hast sie doch. Ja, aber jetzt hast du keinen Assist gekriegt, dann hättest du sie doch töten können. Ich hab doch den Q geworfen. Kam dich rechtzeitig an. Ich geh mal back und dann komm ich mal bei Carsten ganken. Bei mir brauchst du nicht ganken, komm. Dann komm ich halt nicht bei Carsten ganken. Ich hab das versucht, Carsten. Hab das versucht, Carsten. Aber ging nicht. Was willst du eigentlich? Du rolliger Hund. Ja. Er ist richtig widerlich mit dir. Pass auf, sich jetzt schon an. Ich bin nicht massiv. Ja. Keine Chance. Ab jetzt geht los. Jetzt hab ich verloren gegen Swain. Kann ich nichts mehr gegen tun, gar nichts. Schauen wir aber als erstes. Als Krummsever. Der wird so retardet einfach, ne? Im LD ist der so, hm, und danach... Der holt sich nen Katalysator und ist einfach total Eskalation. Achtung, Carsten. Er drauf! 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 Gleich Kumble, Mann! Junge, Alter. Und schon. Alter, was zum Teufel. Wot, Mann! Jo. Und er hat nichts. Ja gut, ich hab aber auch 0 Magic Resistance. Das kommt ja auch dazu. Läufig den Mana, der zwischendurch wieder auflädt. Was? Jo. Katalysator und das andere, die Träner... Ach, Träner schon. Der Dings. Ich hab das Wort, ne? Blessing Wand, Junge. Zauberstab. Nee, ich mein den Dorans. A Demacian does not retreat. The warrior spirit is never broken. Mach's, ich komm's ab. Jo. Lol. Stress, Wayne! Krass, Hackmann. Nein, das war nicht so weit. Das war's nicht. Bist du die first turret in game eigentlich mehr Kohle? Ja, ne? Ja. Ich komm gleich mal rüber, ich hab noch ein paar Sekunden cooldown. Ok. Ich dachte nicht, dass es ult ist. Alles. Ja, warte, ich komm auch rüber. Ja, das muss ich auch rüberkommen, also rüberkommt jetzt. Ganz unten, den turret deffen. Bitte. Oh, guck mal, die kauft sich zwei Null-Magiemantel. Aber ist egal, dadurch hat sie meine Penafration gerade ausge... Egal. Die hat nur noch zwölf Magieresistenz-Effektiv. Mann, der nervt mich so, ne? Warte. Rauf. Warte, ne? Ich würd's eher nicht tun. Richtig zu wenig Leben dafür. Aber warte, er kommt von hinten. Was will er machen? Überall so'n Kanacken. Seine Mama soll losgehen und die wird rachen. Der Racken ist wie ein Kussier-Ski. Was wird denn alles süß? Und was finde ich zu kass? Alle, 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 alle. Zusingen. Bitte. Warum? Weil du Schnauzer halt. Was, ey? Warte, ich hätte dich das nicht mehr daran erinnern, was du machen würdest. Ja, da, fress mal den Finger. Nimm das Hausrufe Zeichen in den Mund. Und zwar mitbruch. Was denn? Wo kommst du denn hin? Ja, du musst die Türen drehen. Bist du oben rechts? Das ist doch gar nicht so schwer. Also das ist ganz sinnvoll. Das ist sinnvoll. Kannst du mal bitte meinen Jungle in Ruhe lassen? Ficker, Junge. Ja, was? Verpiss dich doch einfach. Halt deine dumme Schnauze. Ficker einfach mit Ridden auf deiner Lane. Ihr gebt kein Gold mehr. Ja, und? Nimm sie von hinten oder so. Warte mal. Mann, Alter. Was ist denn los? Wie lange will er denn immer noch warten? Bis auf den Zünder, der Typ, ne? Hier ist die Giovanni. Komm mal. Nein, los. Ich hab meine Ulti aktuell immer ready. Ich hab 17 Sekunden noch. Aber hier wird wahrscheinlich jetzt etwas sein. Oder auch nicht. Der Swain läuft ständig oben rum, ne? Das, nicht gegen den Swain. Ja, ey. Nee, den kann man nicht machen. Ich hab's mir nicht neben gehabt und... Ich glaub ich muss hier weg. Junge Boy, Wölfe mitnehmen. Was, nee? Nein! Ich hab hier ein Gefühl bei. Kann nichts passieren. Ich bin auch da. Ich hab hier alles neben. Nein! Nein! Ich hab Angst! Mann, die Aids läuft. Der Aids läuft. Zum Beispiel. Warte mal klar. Die haben richtig, die haben super Aids, Patrick. Very nice. Yeah boiiiiiii. Oh, das seht du. Ja, ich muss schon mal zu H&M. Ja, ich muss schon mal zu H&M. Lass mal vorne in den Busch ganken. Warte, pass auf, warte. Das wär so gut gewesen, wenn die da immer noch drin gewesen wär. Der Swain, ne? Alter. Ey, der sitzt da im Busch und wartet und wartet. Das finde ich richtig mit ihm, Mann. Den du mal schon wieder hier unten? Guck ihn an! Guck ihn dir an! Was macht er denn da? Die ganze Zeit irgendwo sitzen und warten! Jetzt Attacke! So, der ist reingesprungen er nicht gesnäht. Uiiuiuiuiuiuiuiui! Ahh! Hast du Ignited? Ja. Nice. Der Damage vom vierten Schuss, ne? Patrick, wir konnten dir jetzt nicht mehr helfen. Ja, die hat uns alle getroffen. Wäre der Ignite nicht gewesen, dann hätte ich auch überlebt. Aber sie musste mich anzünden. Und auch ohne Ignite wärst du gestorben. Ich hatte noch Heal drauf. Der Heal hat auch noch genug gezündet, aber der Ignite war schneller. Sobald du... Ja, hätte das reichen können. Hey, hätte reichen können mit dem Heal. Weil meistens raus, wenn du Ignite bist, nicht mehr Healen. Ja, war nur Potion. Achso, dachte... Ach du hast ja kein Heal, das ist ein Smite. Ich Heal die Gegner trotzdem scheinbar. Oh, links kommt runter, Karsten. Swain. Ja, ich versteh nicht, warum ich da Turret-Akku abkrieg, Alter. Erklär mir das. Swain kommt, hier, genau da. Lass den Ball einfach in Ruhe am besten. Ja, ja, ich geh schon extra weg. Nicht. Ja. Ich hatte nichts ready zum Up-Bauen, deswegen. Bevor ich da... Kampf nur sterbe. Ah. Ah, ich baue schon wieder Up-Up-Up. AP? Nein, um Gottes Willen. Gut. Ja, ich baue schon. Ja, ich baue schon, ja. Das ist ja nicht das Blade-Of-A-Rain-King-Bound, sondern Hextrinker. Weil die Sejuani ist egal mit ihrem Leben, auf die brauchen wir uns überhaupt nicht konzentrieren. Nein. Ist zwar nervig, aber die macht keinen Damage. Halt! Am besten, du kümmerst dich um die Riven, das wäre mir eigentlich ganz recht, dass du die hochwirfst, oder ihr beide, und ich würde gerne den Swain angreifen, die Seju-Cover komplett ignorieren. Weil noch Chris zu Swain, obwohl der hat sein Stabett mittlerweile schon achtmal gestackt. Alter, das ist nicht gesund, was der für ein Damage drückt, ne? Komm. Na, what? Wo auch immer sie herkamen. Wo auch immer sie herkamen. Wo auch immer sie herkamen. Hast du das gesehen? Ja. Beruhigt euch mal wieder. Ist gut, ist gut, ja? Oh, dass mich das nicht getroffen hat, ne? Oh, dass mich das nicht getroffen hat, ne? Oh, dass mich das nicht getroffen hat, ne? Patrick. Ja. Lass dich mal follow bitte, wenn sie hochkommt. Das hat mich den Flash gekostet, uns den Turm und, ja. Jede Menge Nerven. Ich wollte noch ein bisschen was sagen können. Ja. Ja. Hä? Sie war bei dir! Sie könnte jetzt hinterher gehen sollen. Die Riven war doch unten bei dir gewesen. Ja, das ist dann. Ja, das ist dann. Ja. 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 Ich hab mein Sonja's nicht, weil die gab. Sonst hätten wir das easy gewinnen können. Patrick, versuch du dich unbedingt um die Riven zu kümmern. Also vorher schon. Ja, ich hab die Riven erst zum Schluss gesehen. Beziehungsweise kann man erst zum Schluss. Ja, die Kamera ist viel zu spät rein. Ja. Weiß nicht, ob die Riven im Ulti hat, deswegen kannst du den Glauben eigentlich nicht duellieren. Ja, eigentlich sollte diese keine Ultimate haben. So, bei Carsten unten ist vielleicht kurz die Raum. Rüh. Ich hab eigentlich keinen Bock mit Moralonomikon zu kaufen, ey. Ich hab eigentlich keinen Bock, dass da ständig irgendwelche Leute in irgendeine Ecke fappen. Ich bring's uns runter. Pass auf, Patrick steht da ganz los. Ja, ja. Schade. Ich hätte nicht gedacht, dass die will mir in den Busch gucken. Wow. Oh. My King, command. Ich hab die Leute, die die Verflashionskarte da unten hin gemacht haben. Da ist Schwain. Boah, das ist doch krank, welche Magieresistenz die kaufen, ey. Okay. Achtung, Masti. Ja. Passt du darauf? Ich bin mit der Port weg. Riven ist hier. Mhm. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich mir diese hässliche Krummsebel gekauft hab, ne? Lass, Patrick, einfach lassen. Nein. Ernsthaft? Das kann nicht wahr sein, Alter! Nice. Nice. Das ist super schwer. Ich finde es so geil, ne? Ich muss echt nur aufpassen, weil er kein Escape hat, ne? Da kommen Riven und so, Riven und Swain sind ab. Oh. Also, wenn ich Ultimate hab, können wir eigentlich immer recht gut fighten. Swain. Swain? Ja, ich will den Toll hier oben. Swain, Swain. Alter, 1000, 2082er Crit. Was ich freue. Ich hab zwei Items nur fertig. Verkastert Problem. Haupt, weißt du, ich kann meinen Sohn ja nicht zünden, weil da einfach so unendlich viel CC kommt, ne? Die machen Spinne. Machen sie nicht. Machen sie auf jeden Fall. Wie? Was, wie? Dem sie einfach gegen kämpfen. Junge! Auf ne Karte gucken? Kann ich nicht. WhatsApp Web ist im Weg. Patrick, was machst du da? Taufen gerade. Entschuldige bitte. Reportet. Halt die Fresse. Was bist du wieder im Mätennis? Was ist los mit dir? Patrick. Also ohne Witz jetzt. Nee, hat schon mit passiert. Der Herr. Sechs, fünf, vier, zwei, zwei, eins. Oh lol, ist die schnell. Was geht mit der denn? Trampe, schon wieder gehabt. Mal Bot pushen, aber gleich. Wenn die Minions irgendwann mal Kommandrei hauen. So ab ist so schwer, so schwer mein Sohn. Wir müssen weg. Meine KDU jetzt fertig. Alle weg. Dann pappen sie wieder irgendwo hundertprozentig. Was? Gute Ulti-Pack. Heute ist nicht mein Tag. Oh, läuft doch alles gut. Ich hab keine Ignite. Wir können nicht gegen Swain kämpfen. Lass. Oh lol, what the fuck? Was mach ich denn denn für damage? What? Ich spaw noch. Bisschen. Derzeit ganz chillig fahren. Ja. Noch safe. Derzeit ganz chillig fahren. Da ist jemand im Busch. Achtung. Beine ist weg immer noch. Nein, Sven ist hier unten. Oh, geh, geh. Oh, shit. Oh, da war das Ribbon. Oh, das war mein Bad. Sorry. Alter, vor allem wie viel Movement... Ich weiß, warum er so viel Movement Speed hat. Geh einfach zurück, Patrick. Geh einfach zurück. Kannst du nicht. Alter. Können wir nur zusammenfighten. Ich guck dir an, weswegen die so viel Movement Speed haben. Warum? Redman's Plate. Zwei Leute. Deswegen kommen die auch so übelst angedüster. Der kam ich nie wieder vorweg. Ich hab keine Chance gehabt. Müssen wir auf jeden Fall zusammenfighten. Das war jetzt echt kacke. Ich hab noch nicht mehr auf die Karte geguckt. Dann war schon zu spät. Der ist durch meine Falle gelaufen, aber trotzdem noch übelst schnell. Ja, das war übelst bad luck, dass die Ribbon von hinten kam. Ich wollte eigentlich nur die Kralle durchwerfen und dann weggehen. Aber dann kamen die Ribbon von unten, also musste ich hoch und... Nee, weil du ja meintest, dass das 200 ist. Nee, lass! Und dann kamen die Bruch. Und dann kamen die Alltag. Die haben nichts gemacht. Ich gehe dran vorbei, sitzen sie da drin und warten. Wunderschön. Mann, es ist so kratzen. Ja, ich bin auch dood. Also, hol dir lieber, Patrick, dass das, äh, entweder das Lebens-Item davon oder das Attack-Speed. Das Dings-Item, finde ich, ist total useless. Ja. Die holen oben den In-Nip und unten den Turret. Also, dann beschütze ich lieber den In-Nip. Mann, das ärgert mich. Patrick geht am Busch vorbei. Die bewegen sich kein Stück. Dieses Deadman's Plate-Fig. Vor allem, guck dir mal an, der Swain hat so viel Movement-Speed. Der hat nicht mal Schuhe, Mann. Sofort da, sofort da. Nein, die hat nicht genau in demselben Moment gestumpt, Mann. Das kann nicht wahr sein. Die Rhythm ist so kacke, Alter, ne? Achtung hier. Alter! Auf die Riven! Auf die Riven! Einsprung! Einsprung! Ich hab keinen! 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 Was atmest du denn immer so schwer durch? Weil du mich das ankotzt, dass die jetzt abgehauen ist. Ne, du atmest doch immer so schwer durch, wenn wir irgendwas sagen. Nö. Der wird trocken auf. Ja, aber wenn's mal gegen euch auf den Fiss geht, dann sag ich das schon. Ja, dann ist gut. So wie eben gerade wirklich gleich auf Riven gehen. Ich hab halt nur Sage-Angriff, weil sie grad dichter dran war und ich mich hoch... Oh! Oh! Ich hab den Riven auch zu spät gesehen. Es war einfach zu viel, ja. Auf jeden Fall ist mein Damage gut. Achtung. Ich hab 668 AD. Ich hab irgendwie das Gefühl, man kriegt überhaupt gar kein AP mehr zusammen als Mate. Ich hab nicht mal 500. 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 Alter. Fand. Wir sind immer so kacke gespustet. Dann hätte ich vielleicht auch wenigstens kämpfen können.